einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einen neuen video von den play vitale sachen ich denke mal das wird es sein auspacken mit voranbocken mit allen sachen findet dann natürlich in der beschreibung beziehungsweise in der infocard oben rechts so hat das heftchen das können wir wegpacken das haben wir jetzt ein paar mal sehen auch aufkleber sind auch noch mal bei die welche aber nicht ran machen ich bin da nicht so der fan von ach und hier die installationsanleitung ich bin da kein fan von aufklebern auf dem controller weil die müssten dann halt praktisch auf dem steuerkreuz müssen die rauf zeige ich euch gleich und dann haben wir jetzt hier so ein case mit samstix die werden wir auch jetzt gleich anbauen und zwar ich habe jetzt zwei schon zwei ja von play vitale der ist ein bisschen dreckig schuldigung ich habe den vorhin erst benutzt einmal mit dem mit diesen noppen hier der hält sich wirklich sehr gut den kann ich wirklich sehr 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 empfehlen und einmal habe ich denn in diesem katzen design mit dem sandstick als augen da habe ich auch erst gedacht dass die vielleicht stören wenn ich hier oben 1 und r1 drücke aber gar nicht war hier hat hat mich nicht gestört so aber an denen werden wir das jetzt ran bauen dafür nehmen wir die einfach ab ihr seht das geht ganz leicht dann packen wir die mal weg damit die uns nicht abhaken kommen vielleicht machen wir hier sehen wir dann praktisch das ist einmal fürs touchpad der aufkleber und einmal fürs steuerkreuz und einmal hier wird es dann halt hier rumgeklebt das ist er dafür gedacht wenn ihren weißen habt dass ihr das drauf klebt dass das feld dann halt dunkel ist weil es ja hier ausgeschnitten ist ja dadurch dass ich es jetzt an schwarzen ran mache von touchpad wäre vielleicht noch aber die zeichnung gäbe hier denn dass ich denn hier eine gelbe zeichnung hätte aber das ist mal gucken vielleicht mal später mal dann müssen wir das jetzt hier abkriegen wie war denn das wo war dann bisschen ach so ja einmal dann hier drüber heben hier drüber heben so und schon haben wird befreit die katze packen wir dann die tüte wieder rein zu den augen ist auch wieder verschließbar dadurch kommt natürlich kann man das weg packen kommt nicht weg und wir können die katze später wieder benutzen so das ist der schwarze controller den machen wir jetzt erstmal da rein der muss hier ein also hebeln waren hier einfach mal rein und auf der seite genauso und dann einfach über die thumbsticks darüber ziehen wie ein schlafanzug den wir anziehen so denn hier oben und ihr seht das ist jetzt alles noch nicht so gut das kann man alles anpassen und auch der sitz schon gleich vom ersten mal hier gleich gut also wir brauchen nicht hin und her schieben oder so doch hier oben hier oben muss ich mir noch ein bisschen zurecht ziehen so genau so hier mag ich das eher wenn wenn da so ein mini mäßig platz zwischen gummi und dem steuerkreuz ist hier macht sich dann halt besser als wenn es hier so eng dran ist habe ich nicht so der freund von deswegen mache ich mir das immer so ein bisschen bisschen beiseite so passt man sich an und ist ja alles fest also also leicht und dann bleibt da schon so dann sieht das dann so aus hier ist auch schon platz hier ist auch platz wenn euch das irgendwie nicht passt dann könnt ihr das auch mit einem daumen hier einfach so ein bisschen verschieben bei mir war ja gut ich schieb das wieder zurück so und auch hier die share taste und die option taste die sind beide gut zu erreichen die sind hier so ein bisschen raus gehoben die sind unter dem gummi case jetzt da haben sie keine extra lücke für gemacht man kann sie aber gut drücken so und dann haben wir jetzt hier ach so dann würden auch die dämonen passen die ruhen haben wir jetzt wie machen wir jetzt am besten oben unten man kann sehr später drehen so die einfach eine seite angefangen festgehalten und darüber gestülpt und dann ein bisschen muss halt nur darunter kommen darunter muss kommen wenn wir einmal den anfang habt und darunter ist geht der rest von ganz alleine so ich glaube ich habe es ja ich habe es ich drehe mit mal ja ja so ist gut an die hier ist ja nicht ganz drauf das könnt ihr ja dann im nachhinein immer noch weiter gucken wo nicht fest ist sieht man ja und dann zieht man da ein bisschen nach aber auch doch in angst haben da reißt nix die sind schön weich und hier sieht er denn vorher nachher das ist das ist nachher da kommt da dann halt ein bisschen dicker wird also damit und zeige ich mal indem hier ist es halt vertieft ich hoffe dass ihr das vernünftig gesehen könnt dass es hier vertieft ist da hat man gut grip gestört der nippel der hier dran ist stört mich auch nicht den habe ich jetzt nach unten gemacht muss ja vielleicht eine andere richtung da ist ja drauf ich kann aber nicht erkennen was da drauf ist ich mache mal bei dem mache ich jetzt seitlich kann man ja dann immer noch anpassen wort er keine angst haben könnt ihr ruhig ziehen an dem gummi damit das überall rüber geht da geht nichts ab da reißt nichts auch wenn sich so ein bisschen leicht anfühlt und die angst habt aber da braucht er keine angst haben so lange das nicht im bieter fingernimmt und einfach auseinanderzieht passiert da gar nichts so hier ist es noch nicht ganz jetzt ist es ganz dran gestört mich aber ich mache es hier aber auch mal nach oben dass ich dann halt hier unten drücken kann ohne dass mich hier so ein pinöbelchen stört fühlt sich eher sogar ganz gut an auch das mit dem mit diesem bauchigen hier mit den rillen soll ja alle dafür sein dass man grip hat fühlt sich sehr gut an da finde ich das aber auch sehr geil bei langen spiel session hier hat man richtig schön grip drin ja und ich finde es ganz gut hier das hält sich sehr gut mit den noppen wir haben ja hinten die noppen hoch aber es mag halt nicht jeder und für die die nicht mögen wir halt so mit drehen ja auch ganz gut ja den weg heute abend bei cod immer benutzen kann alle knöpfe benutzen blockiert doch nichts da wo mir ist gut geschnitten geht selbst hier herum also ist nicht wie bei anderen dass sie dann hier oben dass die kante denn frei ist dass man dann halt nur dünn hier oben hier drüber geht meint das hier richtig rum guckt doch nichts über oder so also ist wirklich gut verarbeitet stört nichts alles gut und den werde ich dann heute abend für cod benutzen ich werde aber in einem späteren video werden wir uns die controller noch mal angucken wenn wir die anbauen werden so vielleicht mache ich auch die gelben hier an weil wir ja mal hier die gelben akzente schon mal gucken so bis dahin hoffe ich dass euch das video gefallen hat wenn solche feiner däumchen werden träumchen ich werde euch natürlich verlinken ich werde euch auch dieses case verlinken und die zusatzringe und die dämonen thumbsticks gibt auch noch niedliche version davon zum beispiel fehlungen welche euch mal alles verlinken in die video beschreibung wenn er fragen habt wie sagt in die kommentare posten wir sehen uns beim nächsten video bis dahin ahoi sagt euer odin